Wenn du wachsen willst, egal ob körperlich, ob finanziell, ob beruflich, ob auf der Persönlichkeitsebene, jedes Mal, wenn du wachsen willst oder dich entwickeln willst, gibt es ein und dieselbe Struktur, egal in welchem Bereich des Lebens. Und genau um diese Struktur und um diese Tricks geht es in diesem Video. Viel Spaß damit! So ihr Lieben, ich habe es ja gerade schon angekündigt, es gibt in jedem Wachstum, egal in welchem Bereich, immer ähnliche Gesetze. Egal ob es, mir ist wichtig, dass ich auch aus Erfahrung sprechen kann, weil theoretisch kann euch jeder alles erzählen. Egal ob bei meiner körperlichen Entwicklung oder bei verschiedenen Entwicklungen im geschäftlichen Bereich, egal in welchem Bereich, auch als ich damals angefangen habe mit Pick-up und im Thema Kennenlernen, soziale Dynamiken von Männer, Frauen etc. extrem drin war und immer gewachsen bin und besser wurde und mehr über mich gelernt habe. Egal auf welcher Ebene, in welchem Bereich des Lebens, wenn du wachsen willst, ist der Verlauf, die Kurve immer eine ähnliche. Und genau darum geht es hier in diesem Video. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe euch was mitgebracht. Und zwar ein Whiteboard und hier möchte ich dir einmal was zeigen. Das hier, das ist die Nulllinie. Hier ist es für Startpunkt. Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, sagt man. Ein anderes schönes Zitat in der Hinsicht heißt, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ich dachte mir immer, was soll das denn heißen, wenn das hier das Ganze ist und das ist der Anfang, denn ist das hier doch mit Sicherheit nicht die Hälfte, aber oftmals ist es so. Denn wenn man einmal einen Stein ins Rollen bringt, dann baut sich Schwung auf. Stell dir vor, du rollst eine kleine Schneekugel, einen Berg runter voller Schnee, auf dem Weg nach unten wird sie immer größer und das Ganze immer schneller. Genauso ist es bei jeder Veränderung. Das heißt, egal was du machst, wo du dich verändern willst, ob du übergewichtig bist und abnehmen willst, ob du beruflich an dir arbeiten willst, vielleicht in der Selbstständigkeit, mehr Geld verdienen willst, wenn du planst, einen eigenen Blog zu schreiben im Internet und da mehr User drauf bekommen willst. Egal was es ist, es gibt immer einen Startpunkt. Was passiert jetzt? Zu Beginn ist man hochmotiviert. Oftmals, ich will euch nicht demotivieren, aber es ist oft halt oftmals die ersten Tage. Ihr kennt das, ihr nehmt euch Ziele vor, seid hochmotiviert. Es kann ein paar Tage sein, es kann eine Woche sein. Es ist natürlich auch bei jedem unterschiedlich. Mir geht es hier um eine allgemeine Visualisierung des Ganzen. Was dann passiert ist, oftmals das hier. Es geht bergrunter. So, ich sag mal hier allgemein gesprochen nach sieben Tagen. Ich hoffe, man kann das lesen. Ja, kann man durchgehen lassen. Das soll eine sieben sein. So, das heißt, ungefähr nach sieben Tagen geht es bergab. Wieso geht es bergab? Man stellt fest, dass die Erfolge nicht über Nacht kommen. Das demotiviert. Ich nenne euch ein Beispiel, bei meiner körperlichen Veränderung war es so, als ich mir das Ziel genommen habe, war ich hochmotiviert direkt zu Beginn. Dann habe ich angefangen und habe trainiert. Und dann habe ich festgestellt, oh, warte mal, das ist ja alles neu. Ich kenne die ganzen Geräte hier gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich stand auf dem Laufband und war da hechelnd irgendwie drauf rumgekraxelt mit 6 kmh Laufgeschwindigkeit. Guck nach links und neben mir hat so einen Marathonläufer trainiert, der irgendwie gefühlt dreimal so schnell war wie ich. Und es sah auch alles mindestens 10 Mal graziöser aus, was er da fabriziert hat, als das, was ich gemacht habe. Das heißt, man sollte sich generell nie vergleichen. Oftmals ist das menschlich. Das heißt, was ganz oft passiert, ist, dass danach es erstmal bergrunter geht. Das ist auch wieder die Phase nach dem ersten Hoch, wo die meisten Menschen dann das Handtuch werfen. Wo sie merken, Sport ist Mord, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Oder sie machen einen Blog und sehen, dass am Anfang direkt ein, zwei Leute draufgehen, weil sie das bei Facebook teilen und feststellen, ah cool, meine Freunde haben draufgeklickt, ich habe die ersten Besucher hochmotiviert. Und dann aber feststellen bei den nächsten Posts, oh, jetzt ist es für die anderen nicht mehr neu, jetzt ist es nicht mehr so mega interessant, ich habe ja vielleicht weniger Besucher als direkt zu Beginn, dann kommt das Loch. Wenn du mehr Geld verdienen willst, angenommen, du machst dich selbstständig, Selbstständigkeit, du hast ein Ziel vor Augen, du hast eine Vision, bist hochmotiviert, gehst rein, startest, ersten Tage, es kommt ganz viel Aufmerksamkeit auf dich zu, Leute, wenn du ein Ladengeschäft ausmachst, kommen da rein, wollen mal gucken, fühlt sich gut an. Und ein paar Tage später stellst du fest, oh, ich verdiene vielleicht gar nicht am Anfang so viel, wie ich eigentlich gedacht habe, geht bergab. Es kann immer individuell bei jedem anders sein. Das ist vollkommen logisch, wie gesagt, hier geht es darum, so eine allgemeine Kurve zu zeichnen. So, diese Phase, diese Bergabphase dauert so, wie gesagt, man kann nichts pauschalisieren, aber ich will ungefähr sagen, ein bis zwei Monate. So, das heißt, So, in etwa ein bis zwei Monate. Warum ein bis zwei Monate? Denn man sagt, um sich neue Gewohnheiten zu etablieren, und ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel Sport, dauert es in etwa 30 bis 60 Tage, bis das einfach dringend ist, bis die Gewohnheit sich etabliert hat, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Der eine oder andere würde sagen, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist, das dauert in der Regel noch länger, aber es kommt so, es kommt Gewohnheit rein. Als ich dann ein bis zwei Monate mich überwunden habe, regelmäßig zum Sport zu gehen, da fing es an, dass es auf einmal, das war dann so hier, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, okay, es fällt mir gar nicht mehr so schwer, mich zu überwinden und zum Sport zu gehen. Es ist gar nicht mehr so eine Herausforderung dahin zu gehen, denn es ist, ich habe mich daran gewöhnt, ich mache es jetzt regelmäßig, ich kannte es nicht mehr anders, also habe ich das getan, war kein Problem mehr. Das heißt, die Bewegungsabläufe wurden auch flüssiger, ich kannte die Geräte mittlerweile alle, das heißt, ich war einfach unterm Strich wieder etwas mehr motiviert. Das war quasi der Turning Point. Dann ging es wieder nach oben, denn ich habe gemerkt, Mensch, es fällt mir generell leichter. Es ist alles mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, es war für mich keine Überwindung mehr, mich dazu zu zwingen, wie in der Phase, wo alles neu war, alles war anstrengend, Veränderung, Veränderung ist immer erstmal negativ für einen Menschen, in der Regel, Menschen sind Gewohnheitstiere, sagt man. Es war einfach einfacher. Also ging es nach oben. Die Veränderung ging hoch, es wurde alles einfacher und das ist das, was wir Momentum nennen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Dann kommt der Stein ins Rollen. Stell dir dazu das Bild vor, wie du ein Auto anschiebst. Die ersten Meter sind unglaublich schwer und du brauchst deine ganze Kraft. Wenn das Auto aber einmal rollt, dann kannst du das theoretisch mit einer Hand schieben. Das heißt, der Stein muss ins Rollen kommen und das ist dann passiert. Und dann geht es bergauf. Übrigens, in der Realität ist die Linie nicht so schön linear, sondern sieht wahrscheinlich so aus. Es gibt immer auch noch Mikro-Ebenen. Auch hier hat man mal Phasen, man hat mal Plateaus, man ist mal demotivierter und mal mehr motiviert. Aber die generelle Tendenz, die ist einfach steigend. Und ab diesem Punkt gibt es nur noch eine hauptsächliche Herausforderung und das ist Disziplin. Man hört es überall. Das ist auch eigentlich keine Neuigkeit und ich erfinde das Rad hier mit Sicherheit nicht neu. Aber der stete Tropfen hüllt den Stein. Das ist das, was immer die Veränderung macht. Es war bei meiner körperlichen Veränderung so. Es war, ich habe noch eine Facebook-Seite über Zitate, die hat jetzt aktuell so 70.000 Likes. Ich weiß noch ganz genau, wie wir angefangen haben. Wir hatten die Idee, waren toll motiviert. So, es war super. Und nach den ersten 100 Likes, die wir recht schnell zusammenbekommen haben, weil natürlich alle Freunde und Bekannter die Seite geliked haben, haben wir gemerkt, oh, es geht nur noch schleppen da voran. Es geht gar nicht mehr so schnell. Also war es auf einmal langsamer und die Motivation sank. So, der Punkt war, wir wussten nie, ob wir die 70.000 Likes, oder es werden ja wahrscheinlich auch irgendwann 100.000 sein, erreichen werden. Aber wir wussten eine Sache. Erstmal, hier, der Trott wurde immer einfacher mit der Zeit. Das heißt, es wurde zu einer Routine. Wir wussten, wie wir die Zitate einstellen, wie wir schnell Zitate raussuchen. Wir hatten irgendwann ein Gefühl dafür, welche Zitate generell besser ankommen, welche schlechter. Welche schlechter. Das heißt, man bekommt auch etwas wie Intuition, die sich auf diesem Weg bildet. Was alles dazu gehört, wenn man letztendlich Profi ist, egal in welchem Bereich, zum Beispiel im Sport oder im Business-Bereich, man bekommt eine Art Intuition. Manche würden sagen, ein Gefühl dafür, was funktioniert oder nicht. Dieter Bohlen mag sehr polarisieren, aber in Bezug auf Musik wird er wahrscheinlich, wenn er Leute sieht, recht schnell ein Gefühl dafür haben. Könnte was draus werden, oder könnte nichts werden. Natürlich, weil er einfach gefühlt 120 Jahre an Referenzen gesammelt hat. Er wäre ein Idiot, wenn er an dem Moment kein Gefühl dafür haben würde oder eine Intuition, was passen könnte und was nicht. So, das ist die nächste große Falle. Disziplin. Der Städt tropfenhüllt den Stein. Man muss dranbleiben. Es gibt aus dem Bereich des Kampfsports so ein schönes Zitat. Da heißt es, Ich habe, sinngemäß wiedergegeben, kein Respekt vor jemandem, der an einem Tag tausendmal denselben Kick übt. Aber ich habe Respekt vor jemandem, der an tausend Tagen jeweils einmal denselben Kick übt. Das heißt, hier ist der entscheidende Punkt Disziplin und dranbleiben. Was war zum Beispiel bei meiner körperlichen Entwicklung der Fall? Genau dasselbe wie bei der Zitate-Seite. Ich wusste nie, ob ich am Ende den Sixpack erreichen wollte. Wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass die einzige Möglichkeit, um ihn jemals zu bekommen, ist, wenn ich dranbleibe. Ich hatte Plateaus auf dem Weg, wo ich dachte, es ging nicht mehr weiter. Was ist passiert? Ich wusste, hey, wenn ich nicht weitermache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht weitergeht, nahezu 100%. Die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht, wenn ich weitermache, ist für mich nicht errechenbar, aber es ist die einzige Möglichkeit, damit es irgendwann überhaupt wieder weitergeht. Also Disziplin, das ist das A und O. Da heißt es, glaub an dich, glaub an dein Ziel, glaub an deine Vision und bleib dran. Egal, ob es die körperliche Veränderung ist, ob es beruflich ist, ob du einen Blog ins Leben rufen willst, eine Facebook-Seite ins Leben rufen willst, das ist scheißegal. Disziplin ist die nächste große Stolperfalle. Über die viele scheitern, weil sie auf dem Weg irgendwann aufgeben. Es gibt auf dem Weg der Disziplin hier ganz viele Einflüsse, auch von außen. Das können zum Beispiel Freunde von dir sein, Familie, Bekannte, die sagen, hey, du hast jetzt ein Jahr oder so kein Geld damit verdient, mach doch was anderes, such dir was Sicheres. Das kann sein, dass du im Fitnessstudio vielleicht bist und du bist hier an dem Punkt immer noch übergewichtig und jemand guckt dich an und sagt, ach du, gib es doch auf, das wird doch nichts bei dir. All diese äußeren Einflüsse spielen hier eine Rolle. Viele geben aufgrund dessen irgendwann auf dem Weg auf. Tu das nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, um an dein Ziel zu kommen und das ist letztlich, wenn du dran bleibst, das war zu hoch, RIP, Z, wenn du dran bleibst, weitermachst und so lange dran bleibst, bis du letztlich dein Ziel erreicht hast. Die Definition von Scheitern ist nicht, wenn du Rückschläge erleidest auf dem Weg. Im Gegenteil, das gehört sogar dazu. Die Definition von Scheitern ist, wenn du dich durch die Rückschläge aus der Bahn werfen lässt und irgendwo hier auf dem Weg das Handtuch wirfst und sagst, okay, das war too much, ich mach nicht mehr weiter. Das heißt, das ist in etwa die Kurve, die so oder ähnlich in allen Bereichen des Erfolges verläuft. Auch unabhängig von der Branche, unabhängig von der Zielsetzung. Es gibt immer verschiedene Phasen, das kann bei jedem im Endeffekt immer etwas individuell aussehen, aber das ist die allgemeine Kurve. Wichtig ist, bleib dran, die ersten ein, zwei Monate bis Momentum reinkommt, bis die Sachen wieder einfacher werden, bis Routine reinkommt, bis du die Handlungen kennst, bis du Intuition entwickelst, Gefühle dafür. Irgendwann im Fitnessstudio kennst du die Geräte so, dass du weißt, ah, da kann ich heute vielleicht 40 Kilo nehmen, ah, da nehme ich heute lieber 36. Du bekommst Gefühle dafür, deine Intuition wird immer feiner und genauer. Und dann heißt es dranbleiben. Bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast und es wird kein Weg dran vorbeiführen, dass du dein Ziel auch erreichst. Und auf diesem Weg gibt es nur eine große Herausforderung unterm Strich. Egal, ob Leute dir von außen reinreden, ob von deiner Familie, Freunde etc. Die Verantwortung dafür, ob du dranbleibst oder aufgibst, hat einen Auslöser. Und das ist, du musst an dich glauben und darfst in keinem Fall zweifeln. Zweifeln ist der Tod. Darum heißt es auch zweifeln, weil es bringt dich raus aus der Einheit. Das heißt, niemals zweifeln. Wenn du ein Ziel hast, glaube da dran und setze es diszipliniert so lange um, bis du dein Ziel erreicht hast, dann wirst du es schaffen. Das soll es damit gewesen sein. Viel Erfolg mit dieser Formel. Wenn ich mir das so angucke, sehr übersichtlich. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal. Liebe Grüße und wir sehen uns im nächsten Video. Adios.